Last famous words? Hilfe! Do it! Do it, darling! So, er fährt jetzt rückwärts den Slalom, den wir die ganze Zeit vorwärts gefahren sind. Ich meine, wir hätten auch einfach das Video rückwärts laufen lassen können, aber das ist ja nicht so witzig, denn er macht es wirklich, er fährt rückwärts. Mal gucken, ob er die Pölone trifft, ne, ne? Eine hat er. Oh, die ist drunter, die ist drunter. Ah, die zweite, nein! Hilfe! Schepper!